Freunde vom VW Pinneberg, wir gehen hier die nächste Trainingswoche, heute ist Montag und bevor wir mit der ersten Warbach-Übung anfangen, darf ich euch meinen neuen Assistenten Felix vorstellen, der mich freundlicherweise durch die Woche begleitet. Wir fangen gleich mit der ersten Warbach-Übung an und die ist ziemlich einfach, man muss nämlich nur hüpfen, aber beim Hüpfen auch noch die Arme kreisen. Wie eine Windbühle. Genau, sehr gut Felix. Die Arme kreisen, das machen wir 30 Sekunden, 15 Sekunden Pause und nochmal 30 Sekunden. Haben wir das schon aufgemacht, den Ball zu pendeln? Jetzt steigern wir uns ein bisschen, wir pendeln den Ball und gehen dabei 3 Schritte nach links und wieder zurück. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genau, immer pendeln lassen und dann 3 Schritte nach links und 3 Schritte nach rechts und das machen wir eine Minute. Auf zum Training. Kein Stoff Stefan, mit demchen darfst du hier nicht auf den Rasen. Du brauchst 1000 Füße noch runter. Ah, mit Stollen dürfen wir hier nicht rauf auf unseren neuen Kunstrasen. Gut, dass du mir das gesagt hast. Danke. Bitte. Das sagst du soll. 弓